Lukian, einige treffende und witzige Aussprüche des Dämonax. Favorin hatte vernommen, dass Dämonax sich über seine Vorträge lustig gemacht habe, und zwar vor allem über die in sie eingestreuten Verse, weil sie dekadent, weichlich, weibisch und völlig unphilosophisch seien. Da kam er zu Dämonax und fragte ihn, »Wer bist du, dass du meine Sachen heruntermachst, hä?« Da antwortete Dämonax, »Ein Mensch mit Ohren, die sich nicht leicht täuschen lassen.« Der Sophist aber insistierte und fragte weiter, »Welches Rüstzeug hat dir den Übergang von der Kindheit zur Philosophie ermöglicht, hä?« »Hoden,« antwortete Dämonax. Favorin kam ein anderes Mal zu ihm und fragte, »Welche philosophische Richtung sagt dir am meisten zu, hä?« Darauf sagte Dämonax, »Wer hat dir gesagt, ich sei Philosoph?« Und er wandte sich zum Gehen, herzlich lachend. »Worüber lachst du, hä?«, fragte Favorin. »Mir kam es lächerlich vor, dass du einem am Bart ansiehst, ob er Philosoph sei oder nicht, und selber hast du gar keinen.« Der Sophist Sidonius erfreute sich einst in Athen eines gewissen Rufes. Er rühmte sich, die gesamte Philosophie erforscht zu haben. Aber ich kann ihn gerade so gut wörtlich zitieren. »Wenn mich Aristoteles ins Lyceum ruft, will ich ihm folgen. Wenn Platon mich in die Akademie einlädt, mache ich mich auf den Weg. Wenn Xenon winkt, wird die bunte Säulenhalle mein Aufenthalt sein. Wenn Pythagoras ruft, will ich schweigen.« Da erhob sich Dämonax mitten unter den Zuhörern und sagte, »Sidonius, Pythagoras ruft dich!« Als der Sohn Pythons, eines mazedonischen Würdenträgers, ein schöner Jüngling, ihn belästigte, indem er ihm einen sophistischen Trugschluss vorlegte und ihn aufforderte, die Lösung des Schlusses anzugeben, sagte Dämonax, »Ich weiß nur eins, mein Junge, deine Logik ist durchdringend.« Dieser ärgerte sich über den zweideutigen Witz und drohte, »Dir werde ich gleich den Mann zeigen!« Da fragte ihn Dämonax lächelnd, »Du hast also einen Mann?« Einmal verspottete er einen Athleten, der sich in einem geblümten Gewand zeigte. Er war ein Olympiasieger, worauf dieser ihn mit einem Stein am Kopf verletzte, sodass Blut floss. Die Umstehenden entrüsteten sich, als ob jeder von ihnen selbst verletzt worden wäre und riefen, »Zum Prokonsul! Zum Prokonsul!« Doch Dämonax sagte, »Nein, bitte nicht zum Prokonsul, lieber zum Arzt!« Einmal fand Dämonax, als er auf der Straße ging, einen goldenen Ring. Er heftete auf dem Marktplatz ein Täfelchen an, auf dem er den Besitzer des Rings, den Verlierer, bat, sich zu melden. Wenn er das Gewicht, den Edelstein und das Bild angeben könne, bekäme er den Stein wieder. Es meldete sich ein schöner Jüngling, der behauptete, er habe den Ring verloren. Da er aber nichts Rechtes angeben konnte, sagte Dämonax zu ihm, »Geh, mein Junge, und pass gut auf den Ring auf, der dir gehört, denn diesen da hast du nicht verloren.« Ein römischer Senator stellte ihm in Athen seinen Sohn vor. Dieser war sehr schön, aber verweichlicht und dekadent. »Mein Sohn empfiehlt sich dir«, sagte der Senator. »Ein schöner Junge«, bemerkte Dämonax, »deiner würdig und ganz die Mutter.« Ein Königer, der sich durch sein Bärenfell als Philosoph zu erkennen gab, nannte er nicht bei seinem wahren Namen. Honoratus hieß er, sondern Herr Bär. Einer fragte ihn, »Worin, Dämonax, siehst du das höchste Glück?« Und Dämonax antwortete, »Nur der Freie ist glücklich.« Darauf der andere, »Es gibt aber viele Freie.« Dämonax, »Meiner Meinung nach ist glücklich, wer weder Hoffnung noch Furcht kennt.« Der andere, »Aber wie kann das sein? Wir alle sind doch mehr oder weniger Sklaven dieser Gefühle.« »Ja«, sagte Dämonax, »aber wenn du dir genau anschaust, was im menschlichen Bereich vor sich geht, wirst du nichts finden, was Hoffnung oder Furcht verdient, weil doch alles Unangenehme und Angenehme einmal aufhören wird.« Peregrinus Proteus tadelte Dämonax, »Du lachst so viel und machst dich über die Menschen lustig. Du willst nicht Hund sein!« Dämonax antwortete, »Peregrinus, du willst nicht Mensch sein!« Ein Naturphilosoph fielte einen Vortrag über die Antipoden. Dämonax zog ihn empor, führte ihn zu einem Ziehbrunnen, zeigte ihm sein Spiegelbild im Wasser und fragte, »Sähen die Antipoden deiner Meinung nach so aus?« Einer sagte, »Ich bin ein Magier und verfüge über so wirksame Zaubersprüche, dass ich alle dazu bringen kann, mir zu geben, was ich will.« Darauf sagte Dämonax, »Verwundere dich nicht. Ich bin nämlich ein Kollege von dir. Wenn du Lust hast, komm mit mir zum Bäcker und du wirst sehen, wie er mir aufgrund eines Zauberspruchs und eines kleinen Zaubermittels einen Leib gibt.« Damit spielte er auf das Geld an, das dieselbe Macht hat wie ein Zauberspruch. Der große Herodes trauerte um Polydeukes, der viel zu früh gestorben war, und befahl, seinen Wagen mit dem Gespann immer bereit zu halten, als würde er ihn gleich besteigen, sowie sein Essen zuzubereiten. Dämonax kam zu ihm und sagte, »Ich habe einen Brief für dich von Polydeukes.« Herodes freute sich und meinte, dass auch Dämonax sich der Etikette füge und mit den anderen wetteifere, seinem Schmerz zu schmeicheln. »Was will er, Dämonax?« fragte er. Dämonax antwortete ihm, »Nun, er ist ungehalten, weil du nicht schon längst zu ihm gekommen bist.« Einer trauerte um seinen Sohn und schloss sich im Dunkel ein. Dämonax besuchte ihn und sagte, »Ich bin ein Magier und ich kann den Geist deines Sohnes heraufbeschwören. Du brauchst mir nur drei Menschen zu nennen, die noch nie um jemanden trauern mussten. Der andere geriet in Verlegenheit und zögerte. Wahrscheinlich fiel ihm niemand ein, sodass Dämonax sagte, »Lächerlich, du siehst, dass es niemanden gibt, der kein Leid erfahren hat und meinst, du seist der Einzige, der das Unerträgliche erduldet.« Dämonax machte sich aber auch gern über jene lustig, die in ihren Vorträgen ganz altertümliche oder exotische Ausdrücke verwendeten. Einen dieser Leute fragte er etwas und er antwortete in hyperklassischem Attisch. Da sagte Dämonax, »Das Datum meiner Frage ist heute. Das Datum deiner Antwort ist, als Agamemnon König war.« Ein Freund bat Dämonax, »Komm mit mir zum Asklepios-Tempel, Dämonax, um für meinen Sohn zu beten.« Da sagte Dämonax, »Meinst du, Asklepios sei völlig taub und könne uns von hier nicht hören, wenn wir beten?« Einmal sah er zwei völlig ungebildete Philosophen, die in eine Debatte verwickelt waren. Der eine fragte lauter Unsinn und der andere antwortete völlig belangloses Zeug. Da sagte Dämonax, »Freunde, kommt es euch nicht so vor? Als ob einer von euch einen Bock melkt und der andere ein Sieb drunter hält?« Der Peripathetiker Agathokles brüstete sich damit, der Einzige und Erste der Dialektiker zu sein. Da sagte Dämonax, »Ja, aber Agathokles, wenn du der Erste bist, bist du nicht der Einzige. Und wenn du der Einzige bist, dann bist du nicht der Erste.« Der Konsular Zegeus, der auf dem Weg nach Kleinasien, wo er als Legat seines Vaters wirken sollte, durch Griechenland reiste, machte sich lächerlich durch sein Gerede und sein Benehmen. Einer seiner Begleiter äußerte sich dazu wie folgt, »Er ist ein großes Rabenas!« »Nein, bei Gott«, sagte Dämonax, »nicht einmal ein großes!« Der Philosoph Apollonius wurde als Erzieher an den Kaiserhof berufen und machte sich auf die Reise von einer großen Zahl seiner Schüler begleitet. Dämonax sah das und sagte, »Da geht Apollonius mit seinen Argonauten!« Einer fragte Dämonax, »Ist die Seele deiner Ansicht nach unsterblich?« Dämonax antwortete, »Ja, unsterblich, aber wie alles andere?« Betreffend Herodes pflegte Dämonax zu sagen, »Platon hat Recht! Wir haben mehr als eine Seele, denn es kann nicht dieselbe Seele sein, die Rigilla und Polydeukes bewirtet, als wären sie noch am Leben und solche Deklamationen hält.« Dämonax wagte es in aller Öffentlichkeit, die Athener zu fragen, nachdem er die Verkündigung gehört hatte, »Warum schließt ihr Nichtgriechen von den Mysterien aus?« Dabei hat doch Eumolpos, ein Nichtgrieche, ein Thraker, eure Mysterien begründet. Einmal wollte Dämonax im Winter eine Seereise antreten. Ein Freund fragte, »Hast du keine Angst, Schiffbruch zu erleiden und von den Fischen gefressen zu werden, Dämonax?« Dämonax antwortete, »Es wäre undankbar, wenn ich ihnen ihre Mahlzeit vergönnen würde. Ich, der ich schon so viele Fische gegessen habe.« Ein Retor hielt eine miserable Deklamation. Dämonax sagte zu ihm, »Stete Übung macht den Meister.« Der Retor antwortete, »Aber ich übe doch ständig ganz für mich allein.« Darauf Dämonax, »Ah, kein Wunder, wenn du einen Dummkopf zum Zuhörer hast. Ein Wahrsager erteilte öffentlich Orakel gegen Bezahlung. Dämonax sagte zu ihm, »Ich verstehe nicht, warum du dich bezahlen lässt. Wenn du das, was das Schicksal bestimmt, ändern kannst, dann wäre doch jede Summe, die du forderst, zu gering. Wenn aber alles so geschehen wird, wie Gottes will, was nützt dann deine ganze Wahrsagerei?« Ein älterer Römer, der körperlich noch in guter Verfassung war, führte Dämonax den Nahkampf am Pfosten vor und fragte, »Was meinst du, Dämonax? Habe ich gut gekämpft?« Dämonax sagte, »Ja, gegen einen Gegner aus Holz.« Auch für unlösbare Probleme hatte er überaus schlagfertige Antworten bereit. Einer fragte Dämonax zum Scherz, »Wenn ich tausend Klafter Holz verbrenne, Dämonax, wie viel Klafter Rauch entstehen denn dann?« Dämonax antwortete, »Wäge die Asche. Der gesamte Restbetrag ist Rauch.« Ein gewisser Polybius, ein völlig ungebildeter Mensch, dessen Griechisch fehlerhaft war, sagte zu ihm, »Der Kaiser hat mir das römische Bürgerrecht ehrenhalber verliehen.« Darauf Dämonax, »Wenn er dich doch statt zu einem Römer zu einem Griechen gemacht hätte.« Dämonax sah einen hohen Herrn, der sich auf die Breite seines Purpurstreifens etwas einbildete. Dämonax ergriff sein Gewand, zeigte es ihm und flüsterte ihm ins Ohr, »Vor dir trug das ein Schaf, und es war ein Schaf.« Dämonax war in der Badeanstalt, und das Wasser war kochend heiß. Als er zögerte, hineinzusteigen, schallte ihn einer einen Feigling. Dämonax antwortete, »Sag mir, muss ich es fürs Vaterland tun?« Einer fragte Dämonax, »Wie sieht es deiner Meinung nach im Hades aus?« Dämonax antwortete, »Warte nur, ich will dir von dort aus berichten.« Ein schlechter Dichter namens Atmet erzählte ihm, er habe ein einseitiges Epigramm verfasst, das testamentarisch auf seine Grabsäule gemeißelt werden sollte. Aber man kann es gerade so gut zitieren. »Nimm, o Erde, die Hülle Atmetz, er selbst ist im Himmel.« Da lachte Dämonax und sagte, »Ein schöner Vers, Atmetz, schade, dass er nicht schon eingemeißelt ist.« Einer bemerkte an seinen Beinen gewisse Symptome, wie man sie bei Greisen in der Regel sieht, und fragte Dämonax, »Was ist denn das, Dämonax?« Dieser entgegnete freundlich lächelnd, »Sharon hat mich gebissen.« Ein Spartaner peitschte seinen Sklaven aus. Dämonax sah das und sagte, »Hör auf, deinem Sklaven deine eigenen Vorrechte zu gewähren!« Eine Frau namens Danae hatte mit ihrem Bruder Streit. Dämonax sagte zu ihr, »Geh vor Gericht, du bist ja nicht Danae, die Tochter des Akrisios.« Am meisten aber bekämpfte Dämonax diejenigen, die nicht auf der Suche nach der Wahrheit waren, sondern nur zum Schein philosophierten. Ein Küniker, der Kutte und Ranzen trug, statt des Steckens aber einen ungeheuren Stößel, schrie, er sei Schüler von Antisthenes, Kratis und Diogenes. »Hör auf zu lügen«, sagte Dämonax, »du bist ein Schüler des Hyperides.« Er war Zeuge, wie viele Athleten Fouls begingen und gegen die Regeln des Sports, statt zu ringen und zu boxen, einander bissen. Da sagte Dämonax, »Kein Wunder, dass die Athleten von heute von ihren Anhängern Löwen genannt werden.« Geistvoll und bissig zugleich ist, was Dämonax zum Prokonsul sagte. Dieser gehörte nämlich zu der Zunft, die sich an den Beinen und am ganzen Körper mit Pechpflastern enthaaren lässt. Ein Küniker bestieg das Podium, warf ihm das vor und stellte ihn als Kinäden hin. Dieser empörte sich, ließ den Küniker vom Podium herunterzerren und traf Anstalten, ihn mit Knütteln verprügeln zu lassen oder zur Strafe gar ins Exil zu schicken. Dämonax, zufällig anwesend, bat um Milde für ihn. Er habe sich nur erkühnt, die herkömmliche Redefreiheit der Küniker in Anspruch zu nehmen. »Gut«, sagte der Prokonsul, »diesmal lasse ich ihn dir zuliebe laufen. Aber welche Strafe verdient er, wenn er sich künftig wieder so etwas erlaubt?« Dämonax sagte, »lass ihm das Körperhaar mit Senfpflaster entfernen.« Einem anderen Prokonsul hatte der Kaiser das Kommando über mehrere Religionen und die Verwaltung einer sehr bedeutenden Provinz anvertraut. »Wie regiert man denn am besten?«, fragte er Dämonax. »Zügle deinen Zorn«, antwortete Dämonax, »sprich wenig und spitz die Ohren.« Einer fragte Dämonax, »Ist du auch gern Kuchen?«, Dämonax antwortete, »meinst du, die Bienen errichten ihre Waben nur für Dummköpfe?« In der Umgebung der bunten Säulenhalle sah Dämonax eine Statue mit abgehauner Hand. »Die Athener haben sich Zeit genommen,« sagte er, »Könageiros mit einer Bronzestatue zu ehren.« »Rufinus von Zypern, ich meine den Lamen, den Peripathetiker, lief häufig in der Wandelhalle auf und ab.« Dämonax, dem dies aufgefallen war, sagte, »Nichts Schamloseres als ein Lama Peripathetiker.« Epictet hielt Dämonax sein Junggesellendasein vor und riet ihm, sich zu verheiraten und Kinder zu zeugen. »Auch das gehört sich für einen Philosophen,« sagte Epictet zu Dämonax, »der Natur an seiner Stelle einen anderen zu hinterlassen.« Doch Dämonax antwortete mit einem unwiderlegbaren Argument, »Ah, willst du mir eine deiner Töchter geben, lieber Epictet?« Auch das, was Dämonax zu dem Aristoteliker Herminos sagte, ist erwähnenswert. Er kannte diesen als mieses Subjekt, als Übeltäter schlimmster Sorte, wobei er aber immer Aristoteles und seine zehn Kategorien im Mund führte. »Herminos«, sagte er zu ihm, »du verdienst eine zehnfach kategorische Bestrafung.« Als die Athener, den Korinthern nacheifernd, die Einführung von Gladiatoren-Spielen erwogen, meldete sich Dämonax wie folgt zu Wort, »Männer von Athen, bitte entfernt vor der Abstimmung den Altar der Barmherzigkeit!« Als Dämonax Olympia besuchte, beschlossen die Bürger von Elis, zu seinen Ehren eine Bronzestatue aufzustellen. Dämonax aber sagte, »Männer von Elis, das dürft ihr auf keinen Fall tun. Das wäre ja ein Vorwurf gegenüber euren Ahnen, die weder Sokrates noch Diogenes durch eine Statue geehrt haben.« Zu einem Rechtsgelehrten habe ich Dämonax sagen hören, »Gesetze sind eigentlich nutzlos, gleichgültig, ob sie für die Schlechten oder die Guten bestimmt sind. Die Letzteren brauchen keine Gesetze und die Ersteren werden durch die Gesetze nicht besser.« »Gesetze sind eigentlich nutzlos, gleichgültig, ob sie für die Schlecht oder 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 die Schlecht.«